Mein Name ist Sascha Rabe und heute mal was zum Thema Premium Partner. Ich arbeite im Versicherungsgeschäft mit Premium Partnern zusammen, im Bankgeschäft mit Premium Partnern zusammen. Ich kenne die Produkte sehr, sehr gut, habe einen guten Einfluss, dann wenn es eng wird für meinen Kunden und bin sicher, dass die Produkte einen hohen Sicherheitsstandard haben. Anders ist es, wenn du alles anbieten kannst und anbieten willst, dann ist es vielfach so, morgen kommt der Vertreter einer Gesellschaft, einer Versicherungsgesellschaft und sagt, sein Produkt ist super, übermorgen der Vertreter einer anderen Versicherungsgesellschaft und übermorgen noch ein anderer. Du weißt nie, was für deinen Kunden das Richtige ist und du kannst die Qualität nicht erkennen. Wenn du mehr darüber wissen willst.